was habe ich gesagt da ist der tag rakt aus der schule raus ich sehe gar dahin mein gott kann ich ja zurück weil dann würde ich gerne auch nicht ich komme nicht zurück weil mein plan war jetzt ein cocktail da reinwerfen okay das ist auch eine oh die post ist da alter es rennt doch nicht so geht bitte da nix leere koffer weißt du da denke ich da kommt einer dreht er um da kommt aber eine komm her komm her krass das beschleunigt natürlich die sache ungemein ich glaube da dachte ich immer oh man oh man waren das jetzt alle das wäre cool man kann auch keinen mehr hören nöö alle weg wenn man hier so durchschleicht durch so ein level dann fuck fuck von überall soll laufen krass wie der mir den weg abschleidet oh oh nein nicht lausch angriff komm elli fuck 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 oh sehr gut ich habe glaube ich den kopf getroffen oh ja genau hack zwei mal rein und lässt sie dann das war einfacher als gedacht wir müssen woanders stecken wir sollten nichts riskieren wie kommen wir rein also eigentlich wollte ich am molotov cocktail werfen aber irgendwie habe ich das so schnell nicht geschafft nimm da lieber den stein nimm da lieber den stein sei vorsichtig da danke Bill ach so da liegt eine leiter drauf alles ok wir müssen nur zur motorhaube kommen die ja nur in der schule steckt verschlossen durch das fenster durch das fenster wow das los oh shit haha von ihr könnten einfach eins Bein beißen und fertig nein die weiten zu halten Es sind doch noch vier, was ist los? Schleichen. Oh, ich sehe schon. Oh. Nein. Oh, L2 sprinten, um frei zu kommen. Okay, scheiße wieder. Bam. Da ist der Platz. Okay, jetzt so weit wie wir zum Shooter. Aber ich könnte mal wieder mit der Waffe so ein bisschen ballern. Durch die Klassenräume oben her. Ne, oben her geht nicht. Aber hier liegt, hier liegt Kram rum. Was kann ich denn mal bauen, wo ich voll bin? Ach, guck mal. Ich könnte einen Medipack nehmen. Weil drei fehlen ja bei mir. Nein. Voll die hektische Musik. Ich baue mir einen Medipack. Sehr gut, jetzt kann ich das aufnehmen. Irgendwie komme ich noch mal ganz scheiße dran an das Ding hier. Guck mal. Komm, die brennen doch wohl, oder? Nur einer brennt nicht. Oh. Das ist sogar ein Genagelter. Sehr gut. Und tschüss. Hä? Hier fliegen Leichen rum. Der ist genagelt, nehme ich mit. Gesundheit ist voll. Das ist voll. Das ist noch eine Nagelbombe. Oh, Munition für die Schröte. Kommen die anderen doch auch, oder? Komm, die stehen noch mitten drin. Okay, einer brennt noch. Noch einer brennt. Die brennen alle. Wenn man sich so über Feuer freuen kann. Oh, heiß, heiß. Oh, hier kommt man raus. Genau, mach mal richtig Krach. Oh. Richtig Krach. Okay, ich glaube, da krieg ich nicht durch. Fuck. Fuck, miss. Shit. Was ist das denn? Ein verdammter Bluter. Ein was? Erlieb in Denkung. Ich mach das. Was ist das denn? Warte, warte, warte. Lauf. Ein Bluter. Immer was Neues. Hey, geht rein. Warum denn nur auf mich? Da sind noch mehr. Ach, ne. Jetzt ist er da hinten. Ding, ding. Okay, weglaufen. Ich bin aber jetzt mal für ein anderes Gewehr. Oh, fuck. Halt, unser Wechsel. Erstmal auspacken. Oh, Mist. Lauf. Von wie viel da aushält, das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Sind es so viele? Das ist doch nur einer. Oh, dann kommen die jetzt alle. Krass. Oh, cool. Nimm die Sachen raus. Fuck, fuck, fuck. Nee, nee. Haben übergroße Pilzplatten, die sie als Schulterpanzer verwenden. Schön. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, oder? Ja, genau. Auf den Arm. Da ist auch der Dinger umgerannt. Okay, da fällt immer mehr ab. Das ist schon mal gut. Hauptsache, ich schieße nach oben. Da ist er. Okay, ich habe nichts mehr drin. Warte, ich will die Sachen aber haben, die hier drin sind. Steh mir mal einen Weg rum. Okay, lauf. Lauf, Joel. Boah, jetzt hat er mich aber genau getroffen. Bam. Lauf. So. Nächste Waffe. Sehr gut. Den greift er da an. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Ihr müsst die ganze Munition verballern, dann klappt das. Ah, guck mal. Platzt der? Nee. Was war das für ein großer Typ? Er ist schon sehr lang infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Bitte? Sehr lang infiziert ist gut. Klettern wir auf die Tribüne. Hilf mir, Herr Rauf, Joel. Sieht aus, ob der nur infiziert wäre. Ja, komm. Okay, gehen wir, Leute. Komm hoch. Los geht's. Gut, komm, John, komm. Ah, die Tribünen waren cool. Die konnten man glaube ich so rausziehen. Da waren immer mehr Bänke drin. Joel, hinter dir! Zieh mich keiner hoch. Okay, okay. Lass mich doch hoch. Was, dann soll ich den verkloppen? Ach, jetzt soll ich hoch. Jetzt ist er fertig. Nimm doch die Hand. Achso, er musste erst den Baseballschläger wegstecken. Okay. So, danke schön. Wo muss ich denn hierher? Ah, hier. Okay. Gut, gut. Hüpf rüber. Voll der Choleriker. Nur am rumschreien. Meinst du hier? Och, welche meinte er hergelaufen. Wir sind leichte Beute. Hier ist noch eine Leite. Lass mich erst da hoch. Ich bin hinter. Oh, sehr gut. Boah, wie viel hier rumlaufen und alles für nix, weil keine Batterie da drin war. Na, das lief ja toll. Okay, ähm, ich geh und seh mich hier hinten um. Bell? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C. Komplett bis Z. Und überhaupt, sag Tess, sie kann sich den Job ganz tief in ihren... Oh. Scheiße. Gehst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Der da hängt, Mann. Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde sein Hemd tragen. Das sind Bisse. Ja. Und... Er... wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Hui. Sehr gut. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Gerade noch geheult. Steig aus. Mann. Die Batterie ist leer, aber... Die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Na, immerhin. Was meinst du? Ich lenk. Ich meine, du fährst und wir schieben. Das ist eine Klappe.